Danke, dass die DAX haben diese für den 8. Mai 2024, ja und Geiz ist geil war gestern, DAX ist geil, ist heute. Ja, der kleine, ich wusste, was er am Telefonende vor Erstaunen erzählen sollte. Unser DAX hat schön mitgespielt, die oberen Ziele erreicht. Wir hatten hier drüber gesprochen, wir haben uns unterhalten über die mögliche Verkeilung, über den 270, hatte gesagt, wäre für mich aber jetzt aber nicht per se was. Der Markt sollte das dann auch wirklich annehmen, hat er hier aber nicht angenommen, hat sich drüber gedrückt, sauber auch drüber gedrückt, schön und klar durchgedrückt, auch an der 3.36 direkt von Beginn an eigentlich angezeigt, dass er dann nicht unbedingt vorhat zu reagieren und somit die nächste Station erreicht hier im Bereich um 2.18.4.20. Und damit sind wir jetzt tatsächlich im Erholungsbereich angekommen, den wir hier insbesondere in dem Zeitraum immer wieder in den Mund genommen hatten. Er hat immer wieder gesagt, dass er hier in die 300, 400 zurückgehen wollte, auch wenn es zu dem Zeitpunkt natürlich keiner hören wollte, weil alle hören wollten, boah, Israel, der Markt bricht zusammen, wir stehen bald bei 10.000. Ja, da wurde ich ja teils sogar richtig angefeindet, weil ich eben das nicht gesagt habe, was die Leute hören wollten. Vielleicht hat es der eine oder andere jetzt dazu nutzen können, mal in sich zu gehen und das für künftige Vorfälle dann eben auch mal, wie soll ich sagen, dass es einen Lerneffekt halt gibt, dass man sich das auch mal einprägt, weil das ist ja immer wieder das Gleiche und wir ärgern uns letztendlich auch immer wieder darüber, dass die Leute halt jedes Mal aufs Neue sich dann so vor den Karren spannen lassen. Ich meine, auf der einen Seite, der Markt funktioniert so, genau so, weil er eben so funktioniert und weil die Leute eben immer wieder so funktionieren und immer wieder darauf anspringen, aber manchmal hat man so den Eindruck, das ist irgendwie sogar kein Lerneffekt bei den Leuten da, das ist immer wieder, kommt immer wieder eine Nachricht, alle denken, der Markt muss jetzt hier runter, ich fange wieder das Gleiche zu erzählen, erzähle wieder von korrektiven Mustern, erzähle wieder davon, dass er eher die Dynamik auf der Oberseite entladen kann, erzähle, dass News nicht immer das bringen, was dann auch reinkommt, will aber keiner hören dann halt, ne? Dann wird da rumdiskutiert und geschimpft und ich wäre zu positiv und so weiter und am Ende kackt die Ente, andersrum, Ente kackt am Ende und kommt dann doch wieder so, wie es ist halt, ne? Und nun wieder mal ein klassisches Muster in der Auflösung und hier sind wir jetzt in dem Erholungsbereich, den ich tatsächlich von hier eben noch sehen wollte, den haben wir jetzt bekommen und für mich ist das jetzt hier tatsächlich die zentrale Entscheidungsstelle, an der sich jetzt hier abzeichnet, ob wir schon im Mai neue Allzeithochs kriegen und in den Juni rein hier quasi noch eine schöne Welle nach oben rausreiten können oder ob man sich jetzt hier noch die Erholung breit tritt. Das dürfte dann nämlich aus dem Bereich hier langsam erfolgen. Natürlich kann es auch einen Doppeltop geben, aber ich glaube fast eher aus der Konstellation heraus, dass ich entweder hier jetzt im Bereich um der 400, 450, halt so kurz an die Linie, das wäre ja gar nicht so verboten, die liegt jetzt bei 4,75, da kurz dran stoßen oder wie auch immer und dann hier zurückroutern. Wenn er sich hier in den Bereichen eintritt, aber wirklich ein Wenn, ich fange jetzt hier nicht das große Shorten an, nicht, dass er mich falsch versteht. Wenn er sich aus dem Bereich eintritt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in der ersten Instanz auf eine 260, 230 zurückleiten, eher aber dann wieder auf eine 18, 80 und dann vielleicht sogar auf eine 17, 27 zurück. Das wären für mich die drei großen Stationen auf der Unterseite, die 18, 80, die 18, 260, 230 und die 17, 27, die man als Ziel anpeilen könnte, wenn der Markt in dem Bereich jetzt wirklich sichtbar eine Drehung reinsetzt. Ja, weil das Potenzial hätte er, das hier einfach nochmal ein bisschen auszudehnen, zur Seite auszuladen, um erst später im Juni, vielleicht sogar Ende Juni erst, die neuen Allzeithochs anzustreben. Solltet er aber einfach durchrennen, habe ich euch gestern genauso gesagt, dann wird da einfach oben raus weitergehandelt und dann nützt das auch nichts, egal wie es aussieht oder wie es wirkt, dann ist das so. Dann ist das so und dann soll er weiter machen, macht er weiter, hat er die nächste Station im Bereich um 5,30. Ja, dann haben wir hier das alte Allzeithoch, knapp über der, naja, jetzt wollte ich sagen, knapp über die 4,65. Aber wartet mal, das hoch ist bei, doch, 5,67 ist es, also knapp über der 5,65 liegt das Allzeithoch. Da könnt ihr nochmal dran schlagen und sollte durchgehen, haben wir dann 6,6,10 nochmal was und dann, ja, ist Open End frei, 6,70, 7,67, das ist dann alles machbar, bis rein in die 1,800. Nicht unbedingt zum Mittwoch, denke ich nicht, ja, kann mir vorstellen, dass dann schon ein neues Allzeithoch da eben eher erstmal sperrt, aber, was ich sagen will, ist, wenn er weiter oben treibt und auch vielleicht anfängt, die Bewegungswelle jetzt noch ein bisschen zu beschleunigen, würde ich mich ihm nicht in den Weg stellen, ja, also solange da keine Umkehrsignale kommen, hat der Trendkraft, der Abwärtstrend ist gebrochen, davon haben wir schon mehrfach gesprochen, auch als er hier den Pullback geliefert hat, ja, als Bestätigung des Ausbruchs, auch immer wieder davon gesprochen, dass das eher in eine 300, 400 reinmünden dürfte, das haben wir jetzt gesehen, ich könnte mir deswegen gut vorstellen, dass er hier eintritt, das ist aber keine Garantie, ich brauche den dafür halt auch wirklich, ich brauche ihn wirklich drehend schon, ja, ich selber würde ihn da ein bisschen kürzere Leine geben, man könnte mit einer 4,20 sogar schon arbeiten, vielleicht auch eine 3,80 nehmen, irgendwie so da drunter, ja, 4,20, 3,80, sollte er runterarbeiten, würde ich ihm eher Platz nach unten geben, das kann erst mal eine 3,35 sein, aber auch durchaus schon eine 2,60, 2,30, das darf man dann anpeilen, ja, wenn er 4,20, 3,80 nach unten, eben, oder nach oben nicht verteidigt, sondern nach unten durchlässt, sollte er die Bereiche aber einfach nach oben verteidigen und sich dann aufdrehen, dann Lasten nach oben weitermachen, dann geht man im Zweifel einfach weiter long mit, das nützt ja nichts, was nützt es mir hier oben, wenn ich gesagt hatte, wenn ich hier unten schon 4, 5 Shorts drin habe, das ist vergeudete Zeit, dann kann ich auch warten, bis das Umkehrsignal kommt, dann zünde ich das hier oder hier oder vielleicht sogar erst hier oben, den Short, und bis dahin handelt man auch die Punkte long auf der Seite, und das machen viel instinktiv immer verkehrt, die wuchten dann die ganze Zeit Short und bauen das noch im Minus auf, weil sie sagen, naja, das dreht ja eh irgendwann, dann dreht es irgendwann, ja, und was haben sie denn dann aber an Ertrag, die brauchen dann erstmal wieder 200, 300 Punkte, bis sie erstmal überhaupt am Einstand sind, bis die Position richtig anfängt zu gewinnen, das ist alles Zeit und Punkte, die man bis dahin auch noch auf der Longseite mitnehmen kann, um dann eben, wenn es Umkehrsignal kommt, auf die Shortseite zu wechseln, aber das ist instinktiv uns in die Wiege gelegt, dafür kann man nicht mal was, das kriegt man so von Geburt an mit, das muss man sich erst einmal abtrainieren, das muss man erstmal einmal richtig lernen, wie es anders geht, sonst kriegt man es nicht raus, ja, aber das ist ein anderes Thema, ihr wisst ja auch wo, wie, was, deswegen mache ich es hier kurz, ich denke, es ist alles Wichtige gesagt, würde das Video daher hier beenden, wir haben oben, wie gesagt, die Ziele noch, jetzt mit Fokus eben allzeithoch dann tatsächlich, aber passt auf, wenn der sich hier eintritt, es wäre für den DAX nicht unüblich, wenn er von hier nochmal eine komplette Rolle rückwärts hin lief, nicht so schnell, nicht so schnell wie hochgekommen ist, aber der kann sich wirklich ohne Mist, und hier auch ganz easy peasy hier mit einer dreiwilligen Bewegung, 18,80 nochmal zurück, 17,27 und dann erst hoch auf eine L-Zeit hoch, das wäre hier gar nicht so ungewöhnlich, aber ich habe hier noch keine Shorts, ich zünde auch hier noch keine Shorts, ich bereite mich nur mental drauf vor, wenn er hier umdreht, dass ich dann nicht anfange jetzt noch weiter, noch aggressiver Long dran zu feuern, sondern eher vielleicht sogar dann schon ein bisschen zeitiger nach einem Short jetzt ausschau halte, ja, mache ich aber noch nicht, ist noch nicht so weit, ja, ich bereite mich lediglich darauf vor, weil es eben eine schöne Stelle ist, es ist mir bloß klar, oder es ist mir wichtig, das eben klar und deutlich nochmal zu sagen, weil viele sowas immer falsch verstehen, und dann das gehört haben, was sie hören wollten, und dann sofort All-in-Short heimkloppen, funktioniert natürlich meistens nicht dann, gut, Freunde, ich mache hier aus, wünsche euch gutes Gelingen, Mittwoch, Donnerstag, ist weiter, ja, passt da auch ein bisschen auf, na, Christi Himmelfahrt habe ich in der Regel eigentlich immer als sehr positiver Börsentag in Erinnerung, könnte dann natürlich eher darauf hinauslaufen, dass er uns oben abhaut, muss man so aussagen, ja, also kann mich sehr, 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 sehr gut an viele Christi Himmelfahrtstage erinnern, wo ich selber Short war früher, mit Kumpels unterwegs, was getrunken, dann ist er weiter gestiegen, ich Kreditkarte durchgeladen, noch was reingehauen, noch ein Bier aufgemacht, der ist weiter gestiegen, ich nochmal Short, und am Ende des Tages hast du dir gedacht, alter Falter, was hast du hier für eine Scheiße gemacht, das ist zum Glück schon ein paar Jährchen her, ja, aber in der Erinnerung noch sehr ausprägsam, deswegen bin ich fast eher, ähm, ja, ja, würde ich eher ein bisschen nach oben aufpassen, auch was das Gap-Risiko angeht, was ihr über das Wochenende mitnehmt, ich weiß gar nicht, ob man handeln kann, Christi Himmelfahrt, ich könnte jetzt zwar kurz gucken, aber ihr könnt es ja auch einsehen, ähm, in der Regel war es immer so, dass die CFD gehandelt werden konnten, da wo der DAX manchmal zu hatte, aber kann es auch durcheinander bringen, guckt am besten selber nochmal nach, nicht, dass ihr böse überrascht werdet, ich meine zumindest, dass die CFD haben eigentlich immer Christi Himmelfahrt offen gehabt, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob der DAX in Frankfurt geöffnet hat, was ja dann für die Leute mit der K.O. Scheine Auswirkung hat, ja, da guckt nochmal bitte genau hin, gut, okay, ich mache hier zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und dann hören wir uns ja dann wahrscheinlich erst am Donnerstagabend für die Analyse zum Freitag, bis dahin dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal.